Meinz? Okay. Ah, hier am Playstation kann ich nicht spielen? Das ist mein Moment. Musa! Ja! Okay, start! Die Frankfurter mit dem Anstoß, los geht's! Für die erste Mal der Eintracht ist der Fußball. Marco Fabian, der Guzmán! Komm, Johnny! Komm, Timmy! Flanken! Komm, laufen, laufen! Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Das ist die Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Super Tor! Marco Fabian! Ist da! Eintracht! Eins! Mainz! Null! Fabian! Ertrag! Uuuuuh! Gute Arbeiten, Carlitos! Ich weiß, ich weiß, ich weiß! Lukas Haarewski! No, Lukas! Was ist das? Bitte, Lukas! In realen Leben, wir sehen uns. Tiefen! 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 Tiefen, Timmy! Noch tiefen! Oh, Salcedo! Hey, Linda! Ey! Centrinho! Das ist genau der Punkt! Das ist genau der Punkt. Ja, gut Deutsch, mein Freund. Das ist gut! Gut, letzte Halb! Uuuuh! Komm, Jettro! Konzentration! Uuuuh! Das ist genau der Punkt! Einer Punkt ist gut! Die letzte Minute! Kevin Prinz vor Tegen! Uuuuh! Prinz! Das ist der letzte Mal! Eins, eins! Ein Punkt ist okay!